Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Bereich Leistung des Abgasrückführungssensors C. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Antriebsstrangdiagnose DTC, der alle Markenmodelle ab 1996 abdeckt. Die spezifischen Schritte zur Fehlerbehebung variieren jedoch je nach Fahrzeug. Der On-Bord-Diagnosefehlercode OBD-P044B ist ein allgemeiner Fehlercode, der sich auf ein Entfernungs- oder Leistungsproblem bezieht, das im Stromkreis C des Abgasrückführungsventils AGR auftritt. Der Zweck des AGR-Ventils besteht darin, eine geregelte Abgasmenge in den Ansaugkrümmer einzuleiten. Der Zweck besteht darin, die Zylinderkopftemperaturen unter 2500 Grad Fahrenheit zu halten. Sauerstoffnitrate NOx bilden sich, wenn die Temperaturen über 2500 Grad Fahrenheit steigen. NOx ist für Smog und Luftverschmutzung verantwortlich. Der steuernde Computer, entweder das Antriebsstrangsteuermodul PCM oder das elektronische Steuermodul ECM, hat eine ungewöhnlich niedrige, hohe oder nicht vorhandene Signalspannung erkannt. Beziehen Sie sich auf eine herstellerspezifische Reparaturanleitung, um festzustellen, welcher Sensor C in Ihrem Fahrzeug genau ist. EGR-Funktionsprinzipien Der Fehlercode P044B bezieht sich auf das gleiche Problem bei allen Fahrzeugen. Es gibt jedoch viele Arten von AGRs, Sensoren und Aktivierungsmethoden. Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, dass alle Abgase in den Ansaugkrümmer ablassen, um die Zylinderkopftemperaturen zu kühlen. Das falsche Einbringen von verbrauchtem Abgas in den Motor verringert die Leistung und führt zu einem rauen Leerlauf oder Stillstand. Vor diesem Hintergrund öffnet die Computerprogrammierung die AGR nur, wenn die Motordrehzahl über 2000 liegt, und schließt unter Last. Zugehörige Fehlercodes des AGR-Sensors C P044A Stromkreis des Abgasrückführungssensors C P044C Abgasrückführungssensor C Stromkreis niedrig P044D Stromkreis des Abgasrückführungssensors C P044E Stromkreis des Abgasrückführungssensors C Intermittierend Fehlerhaft Symptome Die Symptome hängen von der Position des AGR-Zapfens zum Zeitpunkt des Versagens ab, das Licht der Servicemaschine leuchtet bald auf, und der OBD-Code P044B wird eingestellt. Zusätzlich kann ein zweiter Code eingestellt werden, der sich auf den Ausfall des AGR-Sensors bezieht, Code P044C bezieht sich auf eine niedrige Sensorspannung und P044D bezieht sich auf eine Hochspannungssituation. Wenn der AGR-Zapfen teilweise offen steckt, läuft das Fahrzeug nicht gut im Leerlauf oder bleibt stehen unter Last oder bei hohen Drehzahlen kann ein Ping von der Detonation zu hören sein Überhaupt keine Symptome Mögliche Ursachen AGR-Sensor C Defekt Kabelbaum zum Sensor Defekt AGR-Zapfen stecken in der geschlossenen Position fest und eine Ansammlung von Kohlenstoff verhindert, dass er sich öffnet Fehlender Unterdruck zum AGR-Magneten AGR-Magnetdefekt AGR-Positionssensor Defekt Differenzdruck Rückkopplungs AGR-Sensor Defekt Reparaturverfahren Alle AGR-Ventile haben eines gemeinsam, sie leiten den Auspuff vom Auspuff zum Ansaugkrümmer zurück, davon abgesehen unterscheiden sie sich in ihren Methoden zur Regulierung der Öffnung des Zapfens und zur Erfassung seiner Position, die folgenden Reparaturverfahren stellen die häufigsten Probleme dar, die für die meisten Fehler im AGR-Sensor System verantwortlich sind, Kabelbaum oder Sensorfehler erfordern ein Servicehandbuch, um die richtigen Kabelidentifizierungs- und Diagnoseverfahren zu ermitteln, beachten sie, dass die Verkabelung zwischen Herstellern unterschiedlich ist und Computer nicht gut reagieren, wenn das falsche Kabel geprüft wird, wenn sie das falsche Kabel prüfen und eine übermäßige Spannung über den Sensoreingang des Computers senden, Brät der Computer, wenn der falsche Stecker abgezogen wird, kann der Computer gleichzeitig seine Programmierung verlieren und das Fahrzeug kann nicht erneut gestartet werden, bis der Händler den Computer neu programmiert, der Code P044B weist auf eine Fehlfunktion des Stromkreises B hin, überprüfen sie daher den Stecker des AGR-Sensors auf Korrosion, verbogene oder herausgedrückte Klemmen oder lose Verbindungen, reinigen sie die Korrosion und setzen sie den Stecker wieder ein. Entfernen sie den elektrischen Stecker und die AGR, überprüfen sie den Einlass und den Auslass der AGR auf Verkorkung, reinigen sie die Verkorkung nach Bedarf, damit sich der Zapfen reibungslos auf- und abbewegt. Überprüfen sie die Vakuumleitung von der AGR zum Magneten und ersetzen sie sie, wenn Defekte festgestellt werden. Überprüfen sie den elektrischen Steckverbinder des Magneten auf Korrosion oder Defekte. Wenn es sich bei dem Fahrzeug um einen Ford handelt, folgen sie den beiden Unterdruckschläuchen von der AGR zum Differenzdruck AGR-Sensor, DPFE, im hinteren Bereich des Verteilers. Überprüfen sie die beiden Druckschläuche auf Korrosion, erfahrungsgemäß verstopfen diese Schläuche mit Kohlenstoff aus dem Auspuff. Verwenden sie einen kleinen Taschenschraubendreher oder ein gleichwertiges Gerät und reinigen sie die Schläuche von Korrosion der Sensor wird dann wieder in Betrieb genommen. Wenn die häufigsten Tests das Problem nicht lösen konnten, ist ein Servicehandbuch erforderlich, um die Verdrahtungskreise weiter zu testen. Die beste Lösung besteht darin, das Fahrzeug mit der richtigen Diagnoseausrüstung zu einer Serviceeinrichtung zu bringen. Sie können diese Art von Problem schnell identifizieren und beheben.